Komm, wir machen's nochmal mit den Bällen. Lukas, jetzt! Jetzt? Jetzt sofort! Da bringen wir direkt mal einen mit! Das ist so nett! Warte! Ne, wo soll man so? Ach, was? Los, wo? Ja, das wollen wir nicht überlegen! Jetzt macht's! Lauf zusammen! Achtung! Da fliegt doch der Lukas genau weg! Los, gell! Ah! Ah! Wie geht's? Wo soll ich eigentlich liegen bleiben? Ah! Ich hab die Bündchen verhoben!